Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kundinnen und liebe Kunden, wir versammeln uns hier vor der Douglas-Filiale. Denn heute sind die hessischen Douglas-Filialen zum ersten Mal im Streik. Und warum streiken wir? Weil Douglas die Frischheit besessen hat, seit 2019 nicht mehr die Tariflöhne zu zahlen. Voll! Die Kolleginnen und Kollegen bei Douglas sind seit 2019 bereits jetzt 2,8% unter dem Tarifvertrag. Voll! Aber sie sollen natürlich nicht für 2,8% weniger arbeiten, sondern sie sollen volle Leistung bringen. Voll! Voll!